herzlich willkommen zu einem neuen vlog und wie immer am ende eines jahres kommt hier der rückblick was wir alles geschafft haben zunächst geht es im erdgeschoss weiter im futterhaus mit unserem zukünftigen schlafzimmer dort haben wir die letzten wände und decken verspachtelt und fertig geschliffen dann kam die ausgleichsmasse dran damit wir eine gerade fläche als untergrund haben den ganzen bereich haben wir in drei teile gesplittet aus dem einfachen grund der boden ursprünglich war so unglaublich schief dass wir mit ausgleichsmasse gar nicht hingekommen wären also dann hätten wir wirklich noch mal richtig estrich reinmachen müssen und wir haben das so gestückelt dass wir dann quasi den rest die restlichen höhen mit der dämmung ausgleichen können nachdem der boden dann auch getrocknet war haben wir unsere trennwand reingestellt die ist ja so ein bisschen soll einem das gefühl geben von einem begehbaren kleiderschrank bevor natürlich der fußboden reinkommt muss mir noch die heizungs hoch verlegen das haben wir dann auch gemacht und danach ging es dann eigentlich schon an den fußbodenaufbau dämmung rein wir haben mir ganz normale struktur dämmung genommen und usb platten für die wand gestaltung habe ich mir mdf platten im baumarkt zuschneiden lassen die maße habe ich mir vorher schon grob ausgerechnet und habe die dann mit so grün baukleber irgend so ein zeugs war das habe ich an die wand geklebt damit ich dann wie so eine kassetten struktur habe den rest habe ich tapeziert den oberen bereich mit so steinmuster die fensterseite und die gegenüberliegende mit einer mit einem glatten maler vlies und unsere trennwand von der bettseite aus in so einem rosé metallik tun dann kam auch schon das laminat rein und diesen kassetten bereich habe ich in einem grau gestrichen da hatte ich auf der schrankseite ein bisschen probleme denn es hat dort einfach nicht gedeckt es war immer fleckig und dann hatte ich das mit so einem plastik knäuel abgetupft mit einem helleren ton und jetzt sieht das so ein bisschen marmoriert aus sieht richtig cool aus genau und nachdem dann das laminat drin war konnten auch die möbel einziehen und dann war schubs die wubs vor geplantem august tatsächlich dann auch schon das schlafzimmer fertig damit wir staubfrei in das neue schlafzimmer kommen musste natürlich auch der gesamte flurbereich davor in ordnung gebracht werden neben dem trockenbau musste natürlich auch jede menge kabellage und auch verrohrung gelegt werden in weise voraussicht haben wir hinter die steigleidungen ins obergeschoss ja schon hähne angebracht und von dort aus haben wir dann die heizungsrohre für das gäste wc und das schlafzimmer nach genau dort hingelegt richtung küche macht das haus ein spachtel unangenehmen knick weshalb wir uns dafür entschieden haben diese tür in die sauna zu versetzen und zwar haben wir die ja weggerissen und nach inne versetzt mit einfach bisschen fliesen rausmachen was natürlich nicht getan nein es musste alles raus und neue betonplatte gegossen werden danach wieder das übliche spiel mit dem trockenbau und schon hatten wir einen viel angenehmeren größeren durchgang in die sauna gerade dieser anschlussbereich der beiden häuser war viel spielerei in sachen trockenbau mit vielen ecken aber der mario hat da echtes talent bewiesen und hat das alles richtig schön rausgearbeitet in dem vorderbereich ging es natürlich auch weiter nachdem dann die decke zumindest eingezogen und gedämmt war haben wir uns erst mal um den fußboden gekümmert den haben wir ganz normal mit schüttungen ausgeglichen und im usb platten verlegt der hintere teil hat ja betonplatten und wenn dann erstmal alles gespachtelt ist sehe das ganze natürlich schon deutlich ordentlicher aus danach war eigentlich nur noch kreatives austoben angesagt laminat rein tapete an die wand noch ein paar leisten und natürlich meine passende garderobe basteln und ja es ist ausschließlich meine der mario hatte da nichts mit zu reden die letzte maßnahme in diesem bereich war die fertigstellung des gäste wcs die vorwandmontage stand ja schon und für uns war dieses jahr vor allem der anschluss der ganzen leitung also sowohl der wasseranschluss wie auch die heizleitung nachdem die ganzen anschlüsse fertig waren und dicht waren konnten wir mit gips zu machen und verspachteln danach kamen dann ziemlich schnell die fliesen rein und naja dann war das ganze ding eigentlich schon funktionsfähig zwar noch ohne tür also nicht unbedingt mit privatsphäre aber wer kommt nachts schon da unten lang vom fertigen erdgeschoss geht es jetzt hoch in das obergeschoss ebenfalls im vorderhaus denn auch da hat sich doch eine ganze menge getan da ja zukünftig eine neue treppe ins dachgeschoss reinkommen soll und wir diesen treppenaufgang gern ein kleines bisschen breiter gestalten wollten hat der mario da schon die ersten vorbereitungen gemacht und zwar hat er einen versetzten balken eingezogen und den deckenbalken auch noch mal mit einem querbalken verstärkt da der anbaubereich beim treppe hochkommen immer irgendwie ein bisschen liederlich aussieht haben wir deshalb dieses jahr auch angefangen und da den trockenbau zu stellen damit die ansicht einfach ein bisschen hübscher ist den konnten wir noch nicht komplett fertigstellen weil uns der anschluss an die wand hoch ins dachgeschoss fehlt aber zumindest so ist es schon ein kleines bisschen besser im sommer urlaub ging es dann an den abriss der jetzt leeren schlafzimmer das gästezimmer war ja sowieso überwiegend leer dass unser altes schlafzimmer ist jetzt natürlich auch leer weil wir sind ja nach unten gezogen und das zimmer von meinem sohn haben wir leer gemacht weil den haben wir einfach umquartiert in mein bastelzimmer das war ein bisschen blöd weil dadurch meinen wohnzimmer wieder ziemlich zugestellt war das gefällt mir gar nicht so aber es ließ sich eben nicht anders machen und irgendwo muss er ja hin zunächst haben wir die ganzen 1000 deckenpaneele wieder abgemacht und danach ging es wirklich einfach nur mit dem rausriss weiter wir haben so ziemlich fast jedes gefache leer geräumt sowohl bei einigen außenwänden wie auch bei dem überwiegenden teil der innenwände es blieb glaube ich gefühlt eine innenwand stehen und das ist die die zum jetzigen zimmer meines sohnes geht paar reste weil da gasbeton drin war und wir das nicht raus machen mussten aber eigentlich ist alles raus hier sieht man mal den blick aus dem gästezimmer rüber ins schlafzimmer bis ganz nach hinten in das alte zimmer von meinem sohn und hier quasi die andere richtung vom alten kinderzimmer über das schlafzimmer bis hinter in die ecke des gästezimmers auf diesen beiden wänden liegt im dachgeschoss die gaube auf weshalb wir die nicht einfach so ohne weiteres raus nehmen können das hat natürlich zur folge dass wir links und rechts von dem schlafzimmer jeweils zwei relativ kleine räume haben das lässt sich nicht ändern also zumindest nicht bei dem raumkonzept was wir uns so vorstellen man könnte die balken tausendfach unterstützen oder das fachwerk offen lassen und dann große räume haben aber das wollten wir halt nicht wir wollten schon ein abgetrenntes schlafzimmer haben und einen kleinen büro bereich oder vielleicht doch als kinderzimmer denn dafür reicht das denn am ende wird die wand die zur jetzigen küche führt geöffnet damit dann ein großer wohn und essbereich entsteht und ja das ist uns eben wichtiger als diese kleinen schlafbereiche nachdem die ganzen wände soweit freigelegt waren ging es dann wieder an den neuen fußboden da haben wir das gleiche prinzip gemacht wie oben im dachgeschoss schon wir haben die alten dielen rausgeschnitten die balken freigelegt da angelascht auf höhe gebracht und usb aufgeschraubt den ganzen dreck lassen wir für den schallschutz drin gedämmt werden die decken ja immer von unten um eine gescheite laufhöhe zu erhalten für die treppe die unter dem vorderen schlafzimmer hoch kommt haben wir ein teilbereich geöffnet über diese öffnung haben wir dann ein podest ausgebildet zunächst hat man nicht so richtig eine ahnung was genau das werden soll außer nach unten hin ordentliche laufhöhe später habe ich dann die idee gehabt dass wir daraus quasi ein bett ausbilden können das heißt das ganze ding wird verlängert und später wird das mal wie so ein kleines hochbett werden deshalb haben wir von unten natürlich auch ganz viel intensiv gedämmt noch vor den ersten kalten nächten und tagen haben wir die gesamten außenwände gedämmt und auch schon dampfsperre wird davor gehängt wir wissen die ist sind weder die dämmwolle noch dampfsperre ist diffusionsoffen und ja theoretisch ist das für fachwerk nicht gut aber ich habe von außen kein sichtfachwerk ich habe eine vorgehängte fassade das heißt mein fachwerk von außen super hinterlüftet von innen habe ich null wasserleitungen das bisschen was an konsens kondensation der menschen dort passiert wird kaum ausreichend zumal ja keine feuchtigkeit von innen nach balken kommen kann ja wenn meine balken in dem bereich nass werden dann habe ich ein viel viel größeres problem als diffusion geschlossene dämmung und dampfsperre dann kam schon der erste trockenbau zunächst die außenwand in dem ehemaligen kinderzimmer aber es dauerte gar nicht lange kam das gästezimmer dran das wollten wir unbedingt fertig machen weil der plan war dass in diesem fertigen zimmer dann unser holz gelagert werden soll was wir vom dachboden runter holen müssen damit wir dort weitermachen können letztendlich ist es dann doch im alten schlafzimmer gelandet und nicht in diesem gästezimmer aber dennoch haben wir es geschafft dieses fertig zu machen was in diesem bereich auch auf jeden fall noch dazu gehörte ist der einbau der neuen fenster denn auch die haben wir in diesem jahr erneuert und weil es so schön war haben wir noch die fensterwand außenwand von schlafzimmer und ehemaligen kinderzimmer ebenfalls mit trockenbau zugemacht im dachgeschoss waren wir auch nicht ganz untätig da haben wir nämlich ebenfalls ein neues fenster in die große gaube nach hinten eingebaut mit brettern und distanzschrauben haben wir dann die erste dachschräge vorbereitet und haben die auch gleich mit gips zugemacht damit konnten wir dann auch den anschluss der ersten ständer wand machen also dieser fenster wand da wo der moyo steht soll eventuell mal eine tür hin zur geplanten dachterrasse bis dahin vergehen wahrscheinlich noch jahre aber erst mal haben und wie es dann halt so ist wenn der anfang einmal gemacht ist geht es relativ schnell und wir haben ziemlich fix an den ganzen hinteren bereich rund rum mit ständerwänden und gipskarton zu machen können und auch auf der gegenüberliegenden seite kam die erste innenwand rein das ist ein teil der badwand im gegensatz zu den anderen bisher gestellten wänden ist das eine mit hunderte profilen da wie ihr seht die halt gedämmt wird und eben eine richtige innenwand ist nach dem test auf der großen dachfläche haben wir uns an die kleinen dachschrägen gewagt auch das haben wir mit bretter und distanzschrauben gemacht ist eine formelei gerade unten da passt quasi nur ich rein und das auch nur mäßig ja aber grundsätzlich ließe sich ganz gut machen einen teil der giebelwand konnten wir auch schon fertig machen da müssen wir aber warten bis die treppe dann mal irgendwann rausgerissen ist denn erst dann können wir den rest anschließen ja naja dann kam noch unter die hochebene die decke dran haben wir einfach nur gipsplatten dran geschraubt und aussparungen gemacht für led beleuchtung und das war es mit den getanen werken für dieses jahr ich hoffe es hat euch gefallen eine kostenaufstellung habe ich nicht gemacht wir werden sicherlich einige tausend euro ausgegeben haben ein bisschen baustoff mussten wir bestellen und der ganze kleinkram laminat fließen und so das läppert sich natürlich auch aber da es nicht annähernd in die reichweite der letzten jahre kam habe ich beschlossen mir dieses jahr nicht die mühe zu machen denn es ist wirklich unglaublich aufwendig das alles aufzuschlüsseln dafür habe ich wieder ein paar vorher nachher bilder für euch genießt das könnt ein bisschen gucken vorher nachher ein bisschen urzustand ist auch dabei ja ansonsten lasst uns gerne leichter und wir freuen uns wenn wir uns dann nächste woche wieder sehen bis dahin tschüss ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020